Danke. Das kleine Luder hat mich gebissen. Ach nein, sie hat ihn gebissen. Rechte oder linke Seite? Das dürfen Sie entscheiden, Schwester Tina. Hältst du mal? Ich gebe jetzt gleich einen kleinen Pieks. Und so, fertig. Was war denn das jetzt, Schwester? Meine Tetanus-Auffrischung. Tetanus? Ich brauche was gegen Tollwut. Sie hatten auch nur rufen? Ja, gut, dass Sie gekommen sind. Die führt sich auf hier. Kommen Sie mal bitte mit. Wer ist das denn? Das ist die junge Frau, der sich vor's Auto gelaufen ist. Sie können sich gleich mitnehmen, aber bitte denken Sie dran, dass wir eine Kostenübernahme vom Sozialamt brauchen, ja? Ich komme auch nicht rum. Ihr könnt doch nicht ein junges Mädchen hier mit Handschellen festmachen. Entschuldigen Sie mal, ich habe nur noch andere Sachen zu tun. Ich kann hier nicht den Babysitter machen. Und den Angreifer, den haben Sie nicht gesehen? Ich habe gar nichts gesehen, ich habe nur den Schlag gespürt. Keine Beschreibung, nichts sonst? Er hat Schlampe zu mir gesagt, ganz Hass erfüllt. Also das Gesicht habe ich jetzt auch nicht gesehen. Das ging auch alles viel zu schnell. Das Ganze ist jetzt wie lange her? Mein Zug kam 20 nach 9 an, knapp zwei Stunden. Schau nach vorn. Überlass Schorsch die Firma und mach mit mir diese Kreuzfahrt. Anne ist eine schwierige Person, ich weiß. Aber ich liebe sie. Ich liebe sie, wie sie ist. Eine gemeinsame Reise könnte sie endlich von ihrer Vergangenheit ablenken. Genau das. Mensch, ich möchte, dass meine Mutter endlich wieder glücklich ist. Mit dir. Du stellst dir also vor, ich trete als Strohmann für dich auf. Ja. Marion kennt dich nicht. Sie hat dich nie zuvor gesehen, also wird sie auch kein Verdacht schöpfen, wenn du dich für das Cottage interessierst. Das stimmt. Also gut. Aber du musst mir eins versprechen. Anne darf nie etwas davon erfahren. Ich glaube, das liegt im gegenseitigen Interesse. Zwei Lager, bitte. Na, ich kenne deine Mutter. Ich könnte mir vorstellen, dass sie schon auf die gleiche Idee gekommen ist, einen Strohmann vorzuschicken. Wie möchten Sie das Geld mitnehmen? Ach hier, Tüte. Möchten Sie noch nachzählen? Wenn wir mir dann bitte noch quittieren wollen. Vielen Dank. Danke. Gerne, Herr Falkenstein. Tschüss. Ja. Tschüss. Das ist jetzt ganz blöd mit den ganzen Einwandstraßen. Wissen Sie was? Am besten Sie lassen den LKW stehen. Gehen hier ins Haus, über den Hof, dann hinter dem Haus an der Wäscheleine rechts vorbei, über den Kinderspielplatz, und dann sind Sie im Prinzip auch schon da. Wie geht es um? about you two just just the cake we met you